Mein Lieblingsvideospiel Haustier ist Sushi im Glas von Zach McCracken. Das ist ein altes, uraltes Adventure und Zach McCracken war so ein Boulevardjournalist und hat in seinem Schlafzimmer Sushi. Das ist ein Fisch in so einem Glas. Man braucht das Glas aber, denn man will ja unbedingt auf den Mond oder den Mars. Auf jeden Fall braucht man halt so so eine Atemmaske und deswegen muss dieses Glas dran glauben und deswegen muss man Sushi in die, in das hier, wie heißt es, Spülbecken tun und dann darf man aber nicht diesen Müllzerkleiner ranmachen, weil dann hast du Sushi. Ich bin mir nicht sicher, wie die Frage gemeint war, dass man sie auslegen soll, aber ich interpretiere die jetzt mal einfach so, dass man sich quasi ein Haustier aus einem Spiel nimmt und das jetzt so in die reale Welt holt und das Allergeilste, was man wahrscheinlich haben kann, ist Trico. Alleine wenn ich mir vorstelle, wie doof die Leute gucken, wenn man damit zur Hundeschule geht. Wenn da ein so ein kleiner Kläffe ankommt und was will, dann snackt er den halt weg. Ist halt Ruhe im Karton. Also was geiles als Trico gibt es nicht. Ich kann damit zum Edeka reiten. Zum Supermarkt. Schwierigste Frage, definitiv. Ich konnte mich nicht entscheiden. Also ich habe erst an Wolfling, den man mit einem Amiibo kriegt, aus Breath of the Wild gedacht, weil es ziemlich geil ist, mit dem rumzurennen, aber sobald du dich weg teleportierst, ist er halt weg. Das fand ich dann unnötig. Darum habe ich an Pokémon gedacht, weil ja tendenziell jedes Pokémon dein Haustier ist, aber da konnte ich mich nicht entscheiden. Ich finde auch die Niffler sehr geil aus Hogwarts Legacy, aber die hast du halt nur an einem Platz und die komme ich mit. Und darum habe ich quasi keine Antwort, weil ich da stehe und einfach ziemlich viele ziemlich gut finde. Aber meh. Eigentlich würde ich mich an dieser Stelle für Trico entscheiden, weil The Last Guardian auch ein Spiel ist, das ich sehr, sehr mag. Mach ich aber nicht. Ha! Ich entscheide mich nämlich für Rick aus der Kirby Reihe. Rick ist nämlich ein kleiner süßer Hamster, den Kirby benutzen kann, um durch die Gegend zu reiten. Und wenn man das jetzt auch die echte Welt überträgt, gut, wenn wir davon ausgehen, dass ein Hamster nicht sonderlich groß ist, aber Rick ist ja ein Kirby-Hamster. Das heißt, er ist wahrscheinlich so groß wie ein Mensch, dann könnte ich mit Rick auch durch die Gegend reiten, muss ich nicht mehr mit dem Fahrrad fahren. Ist doch auch cool. Deswegen Rick. Also eigentlich weniger ein Haustier als wie ein tierischer Begleiter, aber es war die gepanzerte Zwergenschlammkrabbe in Skyrim. Die kam erst später dazu, aber sie hatte eine Rüstung, sie war mega süß, ist immer hinter einem hergekrabbelt und zusätzlich konnte man ihr auch noch Gegenstände geben, so eine Ersatzrüstung oder alles, was gerade überflüssig war. Und wenn man im Knast gelandet ist, aus welchen Gründen auch immer, konnte man sie immer mit einem Beschwörungszauber zu einen teleportieren und hatte sofort wieder eine Rüstung. Das ist einfach so ein hilfreiches, süßes Ding gewesen. Die cutesten Videospielhaustiere sind Poros aus League of Legends. Ich habe die früher so süß gefunden, als ich zu der Zeit, wo ich richtig viel League of Legends gespielt habe, dass ich mir die gebastelt habe. Ich habe mir so ein flauschiges League of Legends fies gebastelt und auf den Tisch gestellt mit so Knopfaugen und dann verschenkt. Aber ich fand die süß. Das war's. Das beste Videospielhaustier, es kann ja nur ein Hund sein, also vielleicht auch eine Katze, aber ein Hund ist es und zwar Missile aus Ghost Trick. Fantastisches Game, kommt ja auch noch als Remaster heraus und diesen spaßigen kleinen Wollwirbelwind dann in HD sehen zu können, da freue ich mich drauf. Der hat mir immer Spaß gemacht, wenn er da aufgetaucht ist. Ich sag jetzt nicht nur ein einzelnes Haustier in einem großen Spiel, sondern ich nenne ein ganzes Spiel, nämlich Nintendogs. Wenn man damals keine Hunde haben konnte, dann konnte man sich so viele Hunde holen, wie man will. Das Tolle ist, man konnte das Spiel einfach beiseite legen und nach einer Woche ist der Hund immer noch da und freut sich, dich wiederzusehen. Du kannst füttern und Gassi gehen und Tänze beibringen. Es ist, also Nintendogs sind echt die besten Videospiel-Pets. Das beste Videospielhaustier ist bei mir, naja, also das Tier, Tier-Kompagnon und das ist bei Red Dead Redemption 2 das Pferd, weil man das putzen kann, füttern kann, man bondet damit, ja. Es ist weiblich, sagt er, hey, girl, there, girl. Jetzt ist ein Junge, sagt er, all right, boah. Und da, wenn das stirbt, war es wirklich eine emotionale Trennung. Das war echt hart. Deswegen das Pferd in Red Dead Redemption 2. Das beste Haustier habe ich dabei. Es ist Pugi aus Monster Hunter. Das hier hat mir ein Fan oder eine Fanin geschickt. Es ist gestrickt und Pugi ist halt in Monster Hunter das Schwein, was im Dorf immer auf dich wartet. Wenn du von der harten Jagd kommst und so und du kannst streicheln und wenn du es richtig machst, dann hat es ein Herz über dem Kopf und läuft dir immer hinterher. Es hat lustige Kostüme, wie das hier halt, das Kaisers neue Kleider heißt es, mit einer Windel, rosa Schleife und Kronen auf dem Kopf. Das ist einfach ein richtiger Feelgood-Kumpel. Das war natürlich dieser eine komische, gefleckte Hund aus Nintendogs. Das habe ich nie gespielt. Nee, ich musste wirklich lange überlegen, welches ist das Beste und dann ist es mir eingefallen. Dogmeat aus Fallout 3. Natürlich, dieser fabelhafte Hund, den man auf einem Schrottplatz findet, der da einfach zurückgelassen ist, den, also wir helfen uns der Gegnern da. Ich nehme dich wieder mit und du hilfst mir im Austausch, ähm, im Kampf, kannst ein bisschen Loot von mir tragen, man kann sich sogar unterhalten. Der Gute sagt sogar Wof-Wof-Walt-Antwort und solche geistvollen Dinge. Es ist einfach nur fantastisch. Bestes Haustier ist natürlich schwierig, aber ich habe mich für das Frettchen von Diablo entschieden, weil das Frettchen ist einfach irgendwie geil. Also es sammelt ja nicht nur Gold ein und diese ganzen Heilsachen, sondern es macht auch 50 Prozent Waffenschaden. Ich fand es damals immer derbe witzig, zu Diablo zu spielen und den dann so derbe viel runter zu hauen, sodass er nur noch ganz wenig Energie hat und dann das Frettchen einfach nur Diablo fertig machen zu lassen. Und das Frettchen, das macht halt Diablo tot. So, wie geil ist das? Das ist Diablo. Immer noch geil. Das beste Haustier ist für mich ganz klar Trico aus The Last Guardian. Und da mag jetzt der ein oder die andere irgendwie sagen, das ist aber irgendwie kein cooles Tier, weil das hört nicht immer darauf, was ich mache und bla bla bla. Sag ich aber, ey, ist realistisch. Ist das einzige Haustier, das ein bisschen Charakter hat. Das nicht immer genau das macht, was man will, sondern halt sich mal in der Schlammpfütze wälzt, weil es gerade Bock hat. Und so gehört das halt dazu. Deshalb. Das ist der einzige, das einzige Vieh, das ich mir als Haustier halten würde. Warum bin ich plötzlich so fies zum Trico? Das beste Haustier ist sehr, sehr schwer gewesen, diese Frage. Aber ich habe mich entschieden für das Haustier aus Torchlight 2. Denn, was braucht man, wenn man unterwegs ist in Dungeons und jede Menge Loot einsammelt? Ein Haustier, was nicht nur mitkämpfen kann, Sachen aussammelt, sondern was man auch losschicken kann in den Ort, um Dinge zu verkaufen. Und das ist einfach die beste Erfindung aller Zeiten gewesen, wenn man einfach sein ganzes Inventar vollgemüllt hatte, kurz alles rüberschieben zum Hund oder zur Katze, die rennt los, um alles zu verkaufen und zack, alles war gut. Inventar leer, Loot konnte wieder rein. Nur damit er auf jeden Fall mal erwähnt ist, weil ich dachte eigentlich jeder nimmt ihn, aber ich glaube irgendwie, weil jeder denkt, dass jeder ihn nimmt, nimmt ihn keiner. Deswegen kurz Dogmeat aus Fallout. Come on. Muss hier genannt werden. Bester Hund. Ich nehme aber in der Tat einen anderen Hund aus der Videospielhistorie und zwar den Hund aus Secret of Evermore. Der hat es mir damals echt angetan, wie er sich auch über die Zeiten verändert. Mal als fliegender Toaster, mal als Wolfshund, mal als Pudel. Der war echt cool. Bestes Haustier. Auf jeden Fall. Ich möchte ein Videospiel Haustier haben, das lange lebt und dementsprechend entscheide ich mich für Bidi One. Bidi One, kleiner Druide aus Star Wars vollen Order, super süß, hängt auf deiner Schulter rum wie ein Kanarienvogel oder ein kleiner Affe, macht lustige Geräusche, hilft dir hier und da mal aus. Bidi One ist einfach pure Liebe. Also wir finden, Haustiere in Spielen sind einfach sowieso immer klasse und deswegen sollte es wahrscheinlich auch ein bisschen mehr geben. Aber ihr habt bestimmt noch andere Haustiere, die man in Videospielen nicht vergessen sollte. Deswegen haut sie uns in die Kommentare und gibt ihnen ganz viel Liebe in den Videospielen, die ihr habt. Und außerdem guckt euch noch andere Sachen an, die wir hier gepostet haben.